Was ist in dieser Aufnahme um kryptographische Hash-Funktionen? Wenn man die Verschlüsselung beschäftigt, dann hat das ja was damit zu tun, dass man sich vor einem Abhören schützen möchte. Aber es sind auch Veränderungen möglich. Das heißt, dass man so ein Szenario hat mit einem Man in the Middle. Dieser nimmt nicht nur die Daten an, wertet die aus und leitet die dann so, wie sie sind, weiter, sondern könnte auch versuchen, die Daten zu manipulieren und dann erst weiterzuleiten. Die Verschlüsselung schützt dabei nicht gegen diese Veränderungen, denn Veränderungen kann ich auch bei verschlüsselten Daten versuchen. Natürlich kann man sagen, wenn jemand jetzt bei verschlüsselten Daten irgendwas ändert, dann weiß er nicht richtig, was er da macht und was das für Effekte hat. Aber trotzdem möchte man sich nicht darauf verlassen, dass das irgendwie unsinnige Effekte hat und dass man es dadurch schon erkennt, sondern man möchte schon etwas zusätzlich machen, um das Ganze zu erkennen. Außerdem gibt es auch Szenarien, bei denen man gar keine Verschlüsselung haben möchte, wie zum Beispiel bei dem DNSSEC, wo man nur auf Integrität und Authentizität wertlegt, aber keine Vertraulichkeit benötigt. Die Idee, die man jetzt hier hat, ist, dass man für die Nachricht noch eine Prüfsumme, den sogenannten Hash, mitschickt. Das heißt, ich nehme die Nachricht, rechne aus dieser Nachricht noch irgendeine Prüfsumme aus und sende dann sowohl Nachricht als auch Prüfsumme zusammen durch das Netz. Bei diesen Hash-Funktionen war es bis 2010 üblich, ein sogenanntes Merkel-Dammgott-Konstrukt zu verwenden. Eine Nachricht, die man übertragen wollte, wird dabei in einzelne Blöcke, die heißen hier m, i, von gleicher Länge aufgeteilt. Und naja, wenn das jetzt von der Länge der Nachricht nicht ganz passt, dann muss man halt den letzten Block mit einem Padding auffüllen, an irgendwelchen zufälligen Daten beispielsweise. Dann werden sogenannte Kompressionsfunktionen angewendet und ein allgemein bekannter Initialisierungsvektor wird genutzt. Und im Laufe dieser Schritte, die hier durchlaufen werden, kommt am Ende dann ein Hash-Wert raus, der dabei übertragen wird. Hier gibt es jetzt insgesamt zwei Möglichkeiten, wie diese Kompressionsfunktion G festgelegt sein kann. Es kann entweder sein, dass das sozusagen von einer symmetrischen Verschlüsselungsfunktion abgeleitet ist oder dass es ein spezielles Hash-Verfahren ist. Das spezielle Hash-Verfahren ist dann das Typische bei den Dingen, die wir jetzt im Weiteren haben, denn eine Verwendung von symmetrischer Verschlüsselung als Kompressionsfunktion ist sehr rechenaufwendig. Und da ist das spezielle Hash-Verfahren deutlich schneller. Wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, das heißt, wir wollen ja eine Nachricht von eigentlich beliebig langer Länge auf einen Hash-Wert von fester Länge, also von 128 Bits zum Beispiel, abbilden. Da sieht man schnell, dass die Menge der Nachrichten ja deutlich größer ist, als die Menge der Hashes. Und als Konsequenz daraus werden halt auch unterschiedliche Nachrichten auf denselben Hash abgebildet. Das ist aber nicht etwas, was man sich wünscht, denn das würde ja bedeuten, wenn ich eine Nachricht in eine andere austausche und die denselben Hash ergeben, dann ist eine Manipulation in dieser Art und Weise, also ein Austausch dieser beiden Nachrichten, nicht mehr erkennbar. Und da ist die Forderung, dass das Auffinden solcher Nachrichtenpaare möglichst schwierig sein soll. Ja, nun kommen wir zu einer Definition von solchen kryptografischen Hash-Funktionen. Dabei ist zunächst mal das kleine m, also was hier für Message steht, eine vorgegebene Zeichenfolge aus einem vorgebenden Zeichensatz, also sprich einem Alphabet. Da hat man zunächst einmal die Definition einer Einweg-Hash-Funktion. Also H ist dann eine Einweg-Hash-Funktion, wenn gilt, dass man sozusagen leicht aus einer Nachricht einen Hash-Wert berechnen kann. Und dieser berechnete Hash-Wert hat dann eine feste Länge, wie zum Beispiel die 128 Bits. Auf der anderen Seite ist es praktisch unmöglich, wenn man so ein H jetzt schon hier gegeben hat, ein anderes m' zu finden, sodass dieses m' unterschiedlich von dem m ist, aber den gleichen Hash-Wert ergibt. Dann hat man noch eine andere Definition, das ist die kollisionsresistente Hash-Funktion. Beziehungsweise das ist hier eine Definition, die darüber hinausgeht, was man schon für Eigenschaften bei der Einweg-Hash-Funktion hat. Zusätzlich wird aber noch gefordert, dass es grundsätzlich praktisch unmöglich ist, irgendeine Kollision zu finden. Das heißt, irgendein Paar bestehend aus den Nachrichten m und m', bei denen m und m' unterschiedlich sind, aber den gleichen Hash-Wert ergeben. Jetzt gucken wir uns mal Folgendes an, das sogenannte Geburtstagsparadoxon. Also hier ist jetzt die erste Frage, wie viele Personen sind denn notwendig, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Personen den gleichen Geburtstag wie sie hat, größer als 50 ist. Das Szenario ist jetzt so, also Sie wissen ja Ihren Geburtstag da, sagen wir mal der 17. Februar. Und dann ist die Frage, wie viele andere Leute müssen denn jetzt hier noch, muss man jetzt überprüfen und fragen, welchen Geburtstag die haben, sodass dann die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand dabei ist, der den gleichen Geburtstag wie sie hat, dass die Wahrscheinlichkeit größer als 50 Prozent ist. Da braucht man jetzt eine ganze Menge von Leuten, nämlich insgesamt 253. So, jetzt gucken wir uns hier mal die zweite Frage an. Hierbei geht es jetzt darum, also wie viele Personen brauche ich insgesamt, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei von diesen Personen den gleichen Geburtstag haben, größer als 50 Prozent ist. Also hier kommt es jetzt nicht darauf an, dass die Personen den gleichen Geburtstag haben wie eine bestimmte Person, sondern es muss innerhalb dieser Personenmenge so ein Paar geben, was den gleichen Geburtstag hat. Und ja, das Erstaunliche jetzt für viele Leute, die, also es stellt sich immer heraus, dass die Schätzungen, die die Leute machen, da deutlich von diesem Wert hier abweichen, ist, dass man nur 23 Personen braucht, um schon eine Wahrscheinlichkeit größer als 50 Prozent zu haben. Ja, nun werden Sie sich vielleicht fragen, was hat denn das Ganze jetzt hier mit diesen kryptografischen Hashes zu tun und der Definition, die wir da auf der vorherigen Seite hatten. Ja, wenn man sich jetzt folgende Szenario anguckt, das sich Pre-Image-Attack nennt. Also hier hätte man jetzt die Situation, man hat schon abgeschlossene Zertifikate. Das heißt, man hat eine vorgegebene Nachricht M und für die Nachricht ist auch ein Hash dann natürlich leicht ausrechnenbar. Und jetzt ist die Frage, wir suchen ein anderes Zertifikat M', das jetzt den gleichen Hash-Wert hier berechnet. Dann entspricht diese Situation quasi der Situation, der ersten Situation bei diesem Geburtstagsparadox. Das heißt, also der Situation, wo von Ihnen der Geburtstag vorgegeben ist und man sucht eine andere Person, die diesen gleichen Geburtstag hat. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Also bei einer optimalen Hash-Funktion, sozusagen hier mit, da bräuchte man vielleicht zwei hoch N Nachrichten. Wenn man das hat, dann hätte man auch bei einer sehr guten Hash-Funktion sehr gute Erfolgschancen. Ja, aber das ist natürlich ein sehr hoher Aufwand. Wenn ich jetzt N, diese Bitzanzahl, 160 Bits habe, dann sind zwei hoch 160 Versuche. Das ist eine riesig hohe Zahl, also es ist praktisch unmöglich. Eine andere Situation wäre jetzt der sogenannte Kollisionsangriff. Also hier geht es jetzt nicht um Zertifikate, die schon erstellt sind, sondern es geht jetzt um neue Zertifikate. Und ja, also sozusagen hier soll jetzt zum Beispiel ein Vertrag ausgehandelt werden. Und ja, also sozusagen jemand bietet mir so einen Vertrag hier an und er versucht aber jetzt hier zu manipulieren. Also der Angreifer, der erstellt jetzt verschiedene Nachrichten. Also der hat vielleicht dann einen Grundvertrag, aber modifiziert den in verschiedenster Art und Weise. Er modifiziert zum Beispiel in wichtigen Datenfeldern den Verkaufspreis und führt dann aber auch Änderungen in vielen unwichtigen Datenbereichen aus und erzeugt so für sich dann viele verschiedene modifizierte Nachrichten, sodass er dann eine Nachricht findet, wo das H von M und das H von dem M-Strich den gleichen Hashwert ergeben. Dann geht er zu einer Zertifizierungsstelle hin, lässt sich ein Zertifikat für das M geben und ändert danach aber die Zertifikatsinhalte in das M-Strich, was danach bei einer Überprüfung des Hashes nicht hier erkannt werden kann. Und ja, diese Sache ist halt auch bei einer optimalen Hash-Funktion schon deutlich einfacher zu finden. Hier braucht man nämlich dann nur 2 hoch N halbe Versuche, um in der Dimension sozusagen der Chance dann dem nahe zu kommen, was man vergleichbar hätte bei dem Pre-Image-Attack dann. Und ja, dass das viel einfacher ist, das hat halt was bei dem Geburtstagsparadox mit der zweiten Situation zu tun, dass man da nur 23 Personen braucht, um ein Paar mit gleichem Geburtstag zu finden. Ja, jetzt können wir mal gucken, was sind denn Hash-Funktionen, die es so in der Praxis gibt. Da ist eine Funktion, die heißt Message Digest 5, die wurde schon 1991 von Ronald Rivest entwickelt. Und heutzutage ist die Situation bezogen auf diese Hash-Funktion so, dass sie unsicher ist auf diese Kollisionsangriffe. Das wurde schon praktisch auch demonstriert und soweit noch sicher ist gegen Pre-Image-Attacks. Dann wurde Mitte der 90er Jahre eine Funktion festgelegt von dem National Institute of Standards and Technology in den USA. Das ist die Funktion SHA-1. Bei dieser Funktion hat man jetzt quasi eine ähnliche Situation wie bei dem MD5. Die Funktion ist unsicher gegen Kollisionsangriffe. Hier hat man Beispiele gefunden, dass es deutlich weniger Klartexte erforderlich sind, als man nach dem Brutforce annehmen müsste, um so einen M-Strich zu finden. Aber das Ganze ist auch noch sicher gegen solche Pre-Image-Attacks. Trotzdem muss man sehen, dass man wegkommt von den Funktionen MD5 und SHA-1. In vielen Zertifizierungsstellen sind jetzt Aktionen zu Gange, um auf die sogenannte SHA-2-Familie zu wechseln. Die SHA-2-Familie, das sind verschiedene Varianten von Hash-Funktionen, jeweils mit unterschiedlichen Bitlängen, wie Sie hier sehen, 224, 256, 384 und 512-Bit. Und die wurden schon 2001 als Nachfolger von SHA-1 festgelegt, verfügen aber über ein ähnliches Konstruktionsprinzip wie SHA-1. Man hat also gewisse Bedenken, ob dieses Konstruktionsprinzip jetzt für SHA-2, ob das auch dann in Zukunft sich als sicher herausstellen wird, wenn immer mehr Schwachpunkte bezogen auf SHA-1 gefunden werden. Deswegen hat man inzwischen eine weitere Standardisierung vorgenommen, nämlich das SHA-3. Diese Standardisierung wurde in der Folge der Entdeckung von wesentlichen Schwachpunkten bei MD5 und SHA-1 Mitte der 2000er Jahre begonnen und ist ein ähnlicher offener Wettbewerb wie bei dem AIS-Verfahren gewesen. Das Ergebnis im Jahr 2012 war dann, dass ein Algorithmus Ketschak ausgewählt wurde als Basis für das SHA-3. Allerdings wurde danach noch gewisse Modifikationen am Gewinner-Algorithmus vorgenommen, angeblich wegen besserer Leistung, aber es ist nicht ganz klar, ob da eventuell die Sicherheit nun etwas geringer ist. Die Standardisierung wurde dann 2015 abgeschlossen, sodass es nun auch die SHA-3-Familie von Algorithmen gibt, mit genauso diesen Bits-Anzahlen wie bei der SHA-2-Familie. Aber es ist hier insgesamt ein deutlich anderes Verfahren, eine sogenannte Spongebung-Konstruktion, die hier beim SHA-3 verwendet wird. Nun will ich Ihnen praktisch hier noch etwas zu demonstrieren, was man mit solchen Hash-Funktionen anfangen kann. Also nehmen wir mal jetzt an, ich möchte jetzt so einen Download aus dem Internet durchführen, hier beispielsweise jetzt dieses VirtualBox mir runterladen und dann bieten die hier bei VirtualBox zusätzlich so etwas an, dass ich hier mir so Checksummen angucken kann. Also ich kann mir zum Beispiel hier SHA-256-Checksummen angucken und sehe hier auf der linken Seite diese Checksummen für die verschiedenen Dinge, die ich hier runterladen kann. Und das kann ich bei mir dann am Rechner überprüfen, ob diese Prüfsummen tatsächlich so sind, wie ich mir das vorstelle. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel mal so eine Erweiterung des Explorers installiert, die nennt sich Hash-Check. Also wenn ich jetzt hier mal dieses eigene Kapitel hier, den Foliensatz gerade hier mal angucken will, dann gehe ich hier auf Eigenschaften und habe jetzt hier eine zusätzliche Funktion dabei mit den Prüfsummen. Also sozusagen dieses, hier sind die Prüfsummen, die entsprechend hier ausgerechnet wurden, zum Beispiel nach dem MD5 und dem SHA-1-Verfahren für diese Datei. Und ich kann halt mit dem, was auf der Webseite steht, überprüfen, ob das dann so ist, wie es da erwartet wurde. Ja, so etwas Ähnliches kann ich auch dann machen, wenn ich so Intrusion-Detection-Systeme habe. Das heißt, ich rechne mir die Hashes aus für gewisse wichtige Systemprogramme hier. Und wenn die Hash dann nicht mehr mit dem übereinstimmt, wie es sein soll, dann vermute ich halt, dass irgendwie ein erfolgreicher Angriff auf meinen Rechner hier stattgefunden hat. So, wir sind jetzt aber noch nicht fertig insgesamt hier mit den Hash-Funktionen, denn man muss sich noch eine Sache hier, ganz wichtige Sache, ja, vor Augen führen, und das ist die Parametrisierung von solchen Hash-Funktionen. Also, wenn bei den Software-Downloads und bei der Geschichte mit den ausführbaren Dateien, mit dem HDS-System ist die Sache soweit in Ordnung, aber so funktioniert es nicht bei Nachrichtenübertragung, denn es könnte jetzt sein, also wenn ich eine Nachricht über das Netz übertrage, dass ein Angreifer dann diese Nachricht auffängt, manipuliert die Nachricht und rechnet dann auch einfach den Hash neu aus und schickt den mir dann mit. Also, das würde soweit, wie wir das soweit angeguckt haben, also nicht auffallender. Das heißt, wir müssen irgendwie das Ganze parametrisieren mit einem Schlüssel und, ja, aber die kryptografischen Hash-Funktionen, die verwenden soweit keinen Schlüssel. Um mit diesem Problem umzugehen, da wurde, ja, ein sogenanntes HMAC, also Hash Message Authentication Code Verfahren festgelegt, was, ja, eine beliebige Hash-Funktion parametrisiert. Also, sozusagen, hier ist jetzt H eine Hash-Funktion, die auf irgendwie Eingabeblöcken arbeitet, mit B der Blocklänge und dann hat man einen Schlüssel, der jetzt hier da verwendet werden kann. Okay, also, wenn es jetzt so ist, dass die, ja, sozusagen, dass das Ganze jetzt von der Länge her noch nicht passt, dieser Schlüssel, dann kann man die Schlüssel entsprechend anpassen, den entweder auffüllen oder, wenn er größer ist, dann durch Anwendung der Hash-Funktion auf die passende Größe bringen. Außerdem gibt es hier so gewisse Konstanten, die hier vorkommen und sich iPad bzw. O-Pad nennen. Dann läuft die Hash-Berechnung, wie man hier sieht, sozusagen nach der Funktion und, ja, die weiteren Details will ich jetzt gar nicht mal so erläutern. Also, Sie sehen, dass der Schlüssel hier in die Hash-Wert-Berechnung eingeht und so ist diese Manipulation nicht mehr möglich, wie es vorher war. Das heißt, ein Angreifer, der kann zwar jetzt versuchen, die Nachricht zu manipulieren, aber dadurch, dass er den Schlüssel nicht hat, ist er nicht in der Lage, dann einen passenden Hash-Wert zu berechnen und so würde die ganze Sache dann halt auffallen.